Herzlich Willkommen zurück hier bei Dark Souls. In der zweiten Folge und wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet am Verheuerschrein. Das sieht allerdings nicht sehr nach Feuer aus, um zu sagen. Bewege mich jetzt seit knapp einer Minute hier frei rum, ohne dass ich gestorben bin. Ist das wirklich Dark Souls? Da geht's hoch. Da geht's auch lang. Ey, ich geh erstmal hier lang. Puh! Ey, wer zur Hölle bist du? Grafst du mich an, oder muss ich dich töten? Nö. Petrus? Ah, fuck. Jetzt hab ich grad meine Kopfhörer gemutet. Woo! Ist das hier auch so, dass man, wenn man... ...Töpfe zerschlägt, dass man irgendwann was Tolles kriegt? Ich glaube nicht, oder? Aber es macht Spaß. Wenigstens Gegner, die mir... ...nicht gewachsen sind. Uh, ich vermute hier hinter allem was, weil ich hab so viel über Dark Souls gehört, dass ich wirklich... ...ich vermute hier überall Gegner fallen und so ein Scheiß. Da will ich lieber nicht runter. Haaah... Uh, der hat was. Seele, Verlorener und Toter. Yay! Und das bringt mich auch nicht weiter. Okay, das heißt, ich muss die andere Strecke hoch. Gut aber, dass ich erstmal hier lang gegangen bin, da hab ich Petrus kennengelernt. Wollte ich schon immer mal. Wuhu! Freude! Freude, schöner Götter, Funken! Ich glaub, ich krepier hier gleich. La 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 la. Uppala. Das wär's noch nicht hier. Hi! Yippie! Uh. Na, Kollege? Alles easy. Ah, du kommst auch noch von... Ey! Ey! Na, na! Ey! Nein! Du Mensch, hau ihn! Geht doch! Au! Wer wirft da mit Brandbomben? Das gefällt mir nicht. Komm her, du Schlingel, du! Ja, schmeiß! Ah, 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 ah! Das war ja. Und anvisieren und weg! Nicht selber runterfallen, geh weg! Wo kommen die alle her? Fuck you! Fuck you! So geht man doch nicht miteinander um. Okay, ich könnte von hier reinfallen. Aber das könnte auch ein Reinfall werden. Oh Gott, meine willst du denn um die Uhrzeit einfach nur noch besser. Ah, Ratte! Verpiss dich! Ah, Ratten! Die widerlichsten Tiere auf der Welt. Also mit die widerlichsten Tiere auf der Welt. Es gibt natürlich noch Schlimmere. Ich laufe hier durch Dark Souls ohne zu sterben. Ich habe lange keinen Bossfight mehr gehabt. Stadt der Untoten. Das klingt nicht gut. Ah, fuck it! Fuck you, geh weg! Ich höre da jemanden. Ah! Nein! Fuck it! Was mache ich denn? So! Haben wir den auch beiseite gewuppt. Ja, also man kann sagen, ich habe noch in keinem Spiel Gegner so dermaßen glamourös sterben sehen. Wie hier in Dark Souls. Danke dafür. Ey! Geh weg! Puh! Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel, glaube ich. Nein, 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 nein! Ach, ihr seid gestorben. Natürlich! Wir schreiten durch den Nebel. Wow! Hat sich das gelohnt? Liebe Entwickler? Ich weiß nicht. Seele. Verlorener und Toter. Okay. Dann gehen wir jetzt aber mal in den anderen Raum gucken. Wo es nichts gibt. Absolut gar nichts. Das ist ja schön. Warum macht man immer Räume, in denen es nichts gibt? Das macht doch gar keinen Sinn. Außer, dass es die Leute, die es spielt. Irgendwann zermürt. Weiß nicht, ob ich hier lang will. Ja, ich gehe einfach mal. Hallo! What the fuck? Verpiss dich! Arschloch! Meine Güte! Kriege ich hier noch Herzinfarkt? Lalalalalala. Du kriegst auch Fischschnauze. Okay, ich krieg auch Fischschnauze. Nein, du kriegst auch Fischschnauze. Oh! Müssen das so viele sein. Geh weg! Ich tank mich hier einfach so. What the fuck? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Ach, hier ist er endlich gestorben. Natürlich! Ich habe mir nichts Besseres vor, als den ganzen Scheißweg nochmal zu latschen. Hey, Geule. Alles klar bei dir? What? Nein, 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 nein! Ich sagte... Was versteht ihr an dem Wort? Nein, nicht! Nein, heißt nicht, nö, niente. Hey, Geule. Alles gut? What the fuck? Ah, komm mal her. Die anderen können mich gerade am Arsch lenken. Jetzt kommst du her. Ha! Das war Nummer eins. Wo ist der Nächste? Da oben ist der Bogenschütze. Da ist noch einer versteckt, der andere kommt auf mich zu. Komm mal her, ich muss dich mal eben aus dem Weg fahren. Danke. Und hoch da. Kann ich mir den Bogenschützen holen? Oder den Armbrustschützen? Irgendwas mit Pfeilen, Bolzen, wie auch immer. Irgendwas, was mir auf den Keks geht. Was machst du da? Bist du doof? Oh. Er hat auf mich zu hauen. Das ist nicht fair. Weißt du, es gibt Leute, die haben Gefühle. Ja? Bin ich der Einzige, der irgendwie das verlangert, die ganze Zeit zu singen, wenn er das spielt? Oi! Nicht cool, Jungs. Nicht cool. Jeder von uns ist gern mal Pyromane. Das ist kein Grund, mich damit abzuwerfen. Wo kommen die alle her? Oh, fuck. Hör auf damit. Hör auf damit. Rüge weg. Stirb doch einfach. Nein! Hu! Ach, ach. So. Wer bewirft mich hier von wo? Ich finde das nicht cool. Hier ist keiner, der mich bewirft. Das ist gut. Hier sind... Oh Gott, drei Leute. Au! Einer... Au! Fuck you! Au! Nein, 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 nein. Wunder. Ratsuchen. Halt die Fresse. Okay. Das hat Spaß gemacht. Ich darf den ganzen Weg nochmal laufen, mein Fresse. Ich komm hier nie weg. Ich komm hier nie weg. Fehlt doch einer. Kommst du bitte mal hier hoch, ja? Ich kann hier nicht immer hinterherlaufen, Nase. Geh weg. Wer bewirft mich denn hier? Fuck you! Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Fuck you! Ach, Rasten, dann sporn die ja wieder. Scheiße, da habe ich nicht dran gedacht. Mann, bin ich intelligent. Ja, du hau mal da unten gegen, das wird es mir zeigen. Nein, nein, nein! Ich glaube, er ist dir da hergesprungen, der Lappen. Geh die Tür auf. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Warum auch? Warum auch? Für es mir ja nur erleichtern. Geh mal hier rein. Hallo? Ah! Ich bin der Knöten! Ich kenn dich in die Rohrküter. Ich hör doch schon wieder irgendwelche Schweinele. da ist er nicht hey da ist er wusste ich doch oh fuck ey wo haut meiner denn immer hin und warum haut der überhaupt und jetzt mach ihn fertig da so auf wie ich am Essens trinken bin hier wegen diesen wegen diesen schwachmaten Moment da ist ne Kiste ist das ne Kiste ist das ne Kiste schwarze Feuerbombe nice ich werd sie wahrscheinlich sowieso erstmal nicht benutzen ich kann auch immer noch welche laufen jetzt wollen wir doch mal schauen oh hier gibt es so viele Möglichkeiten für mich zu sterben wow ey okay cool das hat sich überhaupt nicht gelohnt hier hoch zu gehen danke Aschloch bam 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 hey Leute eins und zwei und tot und eins und Pfand und Kacke und hau doch zu Controller lass mich jetzt nicht im Stich fuck oh Controller oder lässt mich glaube ich wirklich im Stich nicht kaputt gehen alles gut ich geh kaputt nicht du okay okay ich würde aber sagen dass das ja behalten wir zum Piedelbildschirm zurückkehren klingt gut und damit würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls bis dahin cheerioo toodürür zu nur Bis zum nächsten Mal.